Willkommen zurück zum 2.3. Let's play! Auf den 2.3. Auf den 2.3. Ja, wir befinden uns hier noch auf Krefra und fahren jetzt weiter gegen E1.5.10. Vom 3.3. zu Krefra und Baden-Württemberg. Hauptbahnhof. Rätselheilfjahr, Burgstraße. Genau. Ja, jetzt möchte ich mich auch erstmal bei euch bedanken. Denn ich habe schon über 1100 Aufrufe. Leute, erstmal Dankeschön an euch. Denn ja, ohne euch 1100 Aufrufe, ey, top. Über 1100 Aufrufe. Allein nur für meine Videos von 400. Also, wenn wir die 1200 knacken, top. Denn so viel habe ich nicht gerechnet. Und ich muss sagen, erstmal Dankeschön an euch. Danke. 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 Sie haben mir zu wenig Rückgeld gegeben. Ja, sowas geht auch fast passiert, aber naja, gut. Ja, also wie gesagt, es geht jetzt ab links halt. Jawohl, wir fragen, das ist ein Pass. Und jetzt weiß ich, wenn ihr um das Bandscheid in den Ostdorf kommt, sobald noch wird auf jeden Fall ein Passag gehört. Ja, finde ich, wie gesagt, der Passag, das sieht man ja gerne für den Ostdorf. Ja, warum nicht? Boah, das ist ja immer schön. Hallo. Morgen. Hallo. Ja, komischerweise, seitdem bei der Arbeitsgruppe wir grüßen das YouTube-Videosprache von 15 Minuten. Die Zeit. Also ich hab nur gewusst, bis jetzt mitgekommen. Und ja. Das finde ich schon krass. Ja, also mal versuch's jetzt. Ja, das hab ich jetzt nicht gewusst, aber jetzt muss ich mal schauen. Jetzt muss ich mal ganz kurz was machen. Dann, äh, ja. Es ist schon schief gelaufen. Natürlich. War ja klar. Und das. Ja. So, jetzt ist nichts passiert. Alles gut. Da wollen jetzt alle aussteigen. Ja, da wollen wir schon mal. Hier. Guten Morgen. So, jetzt geht's. Die Liebste halten für mich. Gerne. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Die nächste Halbstelle, Hafenstraße. Die nächste Halbstelle. Die nächste Halbstelle. Ja, ich habe normalerweise die, ähm, wie soll ich das sagen, ja, Grüße durchgegeben. Aber die werde ich jetzt mal machen. Denn, ja, ich grüße erstmal die Red Sox2 Community, äh, um sie zwei, Players Community, ja, die ganzen Leute. Natürlich auch die andere Gruppe, logisch. Ja, dann grüße ich doch, ja, die Arbeitskollegen, die hier natürlich, ist schon klar. Und, ja, das gibt es zweiter und meiner weiß ich nicht, wie auch Videos, aber, ja, ich wollte es einfach machen. Und, ja, nicht schlecht. Die nächste Halbstelle, Halbstelle. Und, ja, nicht schlecht. Und, ja, nicht schlecht. Ja, wenn ihr mal Map-Vorschläge habt, die ich mal letztens sehen sollte, äh, ja, schreibt uns auch mal in die Kommentare rein, vielleicht kriegen wir das auch eben, und ja, schreibt uns mal rein, denn ja, ich suche mir wieder neue Maps und wie Zuckerbahn und ja, warum auch nicht. Okay. Die nächste Halbenschilde, Herzbläck. Ja, wir werden auch bald schon am Ziel sein, deswegen ja. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Einschalten und ja, bis weitere gleich. Guten Tag. Ja, wie ihr seht, ich habe hier ja ein kleines Repaint von mir gemacht. Dieses Repaint ist aber noch Work in Progress. Das heißt, das wird's nicht gehen. Oh, tja, sieht ja schön aus, oder? Die nächste halbe Stelle, Kaiserplatz. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Hallo. Guten Morgen. Eine Fahrkarte, bitte. Dankeschön. Guten Tag. Vielen Dank. Links der Heidefilme, links der Hauptbahnwagen, Vis-a-Bus, E-Mail, bitte alle aussteigen. Das sind auch die letzte Heidefilme für euch. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sind uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Video. Und wir und ja, stay fast in Positifacke, bis dahin. Euer Peter, tschau tschau. Bis zum nächsten Mal.